So, Messer brauchen wir nicht, das hat sich erledigt. Was haben wir denn noch? Haben wir noch Munition? Irgendwie haben wir glaube ich nicht, ne? Gut, für die Flinte. Dann lege ich mal die Pistole weg. Lass die Flinte drin. Ich habe zwei Medaillen. Ja, genau. Zwei Stück und ein Metallobjekt habe ich auch noch. Wir können noch einmal speichern, weil dann haben wir es, weil dann brauchen wir die Schlange nicht noch mal machen. Ja, ich möchte verwenden, das Farbband. Und dann fangen wir wieder von oben an, damit wir nicht durcheinander kommen. So. Speichern beendet. Prost zusammen. So. Farbband lege ich wieder zurück in die Kiste. Nachladen, nachladen, kombinieren. Ach ne, geht nicht, ist ja schon voll. Sechs Schuss ist ja Maximum. Ähm. So, wir haben zwei Medaillen. Wo konnten wir denn noch mal die... Ah, mit dem Fahrstuhl sollten wir vielleicht mal fahren. Da in der Küche. Oder beziehungsweise im einen Raum. Da möchte ich mich nämlich auch noch mal eben kurz schnell umsehen mit dem Fahrstuhl. Das war auf der Seite, ne. Ähm. Das war im Untergeschoss. Oder beziehungsweise oben. Oder? Ach, hier war das genau. Dö, 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 dö. Ne, der Fahrstuhl war unten, ne, oder? Ach stimmt, der Fahrstuhl war ja da hinten gewesen. Ja, okay, Moment. La, 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 la. Die sind fürs Labor. Mhm. Okay. Okay. Stimmt. So. Jetzt mal eben schnell schauen. Tut mir leid, wenn ich so viel auf die Karte gucke, da dürfte mir das nicht übel. Nämlich, äh, wie gesagt, ich hab die Orientierung, die, ähm, ja, hab ich irgendwo verloren. Da bin ich nicht gut drin. Das, ja. Hab gestern HNZ 1 gesehen. Ja, wie gesagt, ich hab da so eine eigene, persönliche Meinung zum Spiel. Das halt, äh, ich finde, das Spiel ist zu sehr gehypt, meiner Meinung nach, in der letzten Zeit. Sehr viel wird's gehypt. Ja, Fahrstuhl ist in der Küche. Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Muss nur eben kurz die Etage wechseln. So. Mein Gott, wir haben Rebecca verloren. Rebecca, wo bist du? So. Dim, 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 dim. Jetzt kommt bestimmt der Typ aus der Tür rausgesprungen. Wetten. Okay. Naja, gut dann. Ach, das, äh, gehypt geht auch wieder weg. Ja, gut, das stimmt wohl. Das mag sein. Ich finde, Sony Online Entertainment sollte erst mal sich hier auf Planet Zeit erst mal beschränken und nicht sofort ein neues ankündigen. Uaaaaah. Weil, die haben ja erst damals, hieß es ja, es kommt ja mit der Playstation 4, Planet Zeit 2. Ja, und wo ist es? Jetzt kommt erst mal die Beta demnächst. Die sollen vielleicht erst mal, ähm, das Spiel fertig machen und dann erst mal H1Z1 sich drum kümmern. Lauf ich jetzt richtig? Ja, ich laufe richtig. Glaub ich zumindest. Genau, das Zombiespiel von Sony Online Entertainment, wie gesagt. Also, meiner Meinung nach halt... Uaaaaah. Kommt jetzt Mama Spinner? Oh, Drecksweber, ist das hässlich. Ich hab... Ich hab dein... Andere Richtung müssen wir, oder? Ja. Hä, von da kamen wir doch. Hä? Achso, der Fahrstuhl ist ja in der Küche. Stimmt ja. Genau, der DZ-Klon ist das quasi. Da wollen sie ja alle auf den Zug aufspringen momentan. So. Ich find's auch ein bisschen... Ich find's immer so ein bisschen komisch, wenn man PC-Spiele für Konsole ankündigt, obwohl die noch gar nicht fertig sind. Das ist... Ja. Warum nicht erst mal... Uaaaaah. Warum nicht erst mal ein Spiel fertig machen und dann ankündigen? Uaaaaah. Aua. Uaaaaah. Zum Beispiel The Forest wurde auch angekündigt. Ich mein, freu ich mich natürlich drüber, aber ist es ja noch so buggy auch auf dem PC und sowas alles. Warum muss man das dann ankündigen? Das ist übrigens der Outlets-Aufzug. Hier war doch einer, ne? Wo war der denn? Ich höre ihn, aber ich seh ihn nicht. Ist das die einzigste Tür? Der Türgriff ist kaputt. Es wird sich wohl nicht öffnen lassen. Willst du mich verarschen? Ach, hier gibt's noch Pflanzen. Hey, Pflanzen. Kann ich nochmal kombinieren mit dem Roten? Oh Gott, jetzt kommt der auch noch. Hey. Uah. Uah. Na toll. Ah, ein bisschen Munition verschwendet, aber egal. So. Ähm. Release. Blalalalalala. Mag sowas nicht. Kein Survival, sondern nur PvP. Äh. Mind the Blind Side. Zwei Beta, ja. Hör, wo geh ich denn jetzt hin? Was? Ah, kommt mal eine an. Juhu. Äh. Ne, Moment. Lass ihn nochmal liegen. Wo bin ich denn hier? Ah, da ist die Batterie. Hey, cool. Geil. Die Batterie für den Fahrstuhl. Fürs Labor, glaube ich, ne? Ist es nicht die Batterie für den Fahrstuhl zum Labor? Ich glaube schon, ne? Fahre. Fahre Knight Quantum Dream soll 29.01. erscheinen. Gerade auf Games aktuell gelesen. Ah, okay. Die Entwickler zeigen immer... Geil. Geil. Interfekt. Ja, ja, klar. Die Videos sind immer geil. Das ist bei jedem Spiel so. So, da werden wir mal mit der Batterie... Werden wir mal, äh, zum Fahrstuhl gehen. Ähm... Mit der Batterie gehe ich zum Fahrstuhl. Ich glaube, hier war das, ne? Ja. So. Hey. Die Hunter sind immer noch da. Achso, die Batterie ist für die Cutters. Dann kann ich da runterfahren mit. Ah, okay, cool. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Das für den Fahrstuhl. Nur wo ich da hinkomme, war mir halt jetzt nicht bewusst. Gut. Da können wir auch nochmal ablegen. Wir haben ja vorsichtshalber ein bisschen was dabei. So. Da haben wir nochmal zwei Inventarplätze mehr. So. Wir müssen rüber zur anderen Seite. Damit wir da rauskommen. Ach, die Kurbel. Ja, 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 la, 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 la. Stimmt, du hast recht, du hast recht, die Kurbel mitnehmen. Ja. Die Kurbel mitnehmen. Wie dumm das wäre, wenn man jetzt dahin rennt und die Kurbel hat man vergessen. Das ist natürlich auch doof. Das ist echt mies. So. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Da sind wir jetzt quasi ja nur noch alleine. Wir haben Rebecca mal verloren. Ja, wo Jill ist, weiß ich nicht. Rebecca turnt auch irgendwo noch rum. Nee, an der anderen Seite sind wir, glaube ich, schneller. Habe ich mich jetzt erschrocken? Nee, ich gehe, glaube ich, doch lieber da lang. So. Ja, hier lang, genau. So. So, 6 Stunden ist er schon am daddeln. Ja. 6 Stunden haben wir schon hinter uns. Mein Gott, das geht ja schnell. So. Dann wollen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon sehr stark auf Finale zugehen von Resident Evil. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich muss am Echo schauen auf Facebook. Hier, kleinen Moment. So, ich schaue noch mal eben auf das Voting. Daylight wurde auch noch geschrieben. Momentan sieht es halt aus, dass, ja, GTA. Momentan steht das Voting bei GTA fürs nächste Spiel. Outlets hätte ich auch echt mal Bock im Speedrun dann wieder. Auf die Schnelle. So, wir müssen rüber, ne? Erdgeschoss. Durchs Erdgeschoss müssen wir. So. Ja. War Harry vorbei. Boah, wäre das fies, wenn man hier so sitzt. Ist so eine gewisse Zeit am Spielen. So sieben, acht Stunden. Auf einmal kommt von hinten irgendwo so eine Hand. Ich glaube, dann springe ich vom Stuhl. Harry! Hey, Harry! Oh, das wird ja wohl nichts, ne? Das wird nichts. Äh, du warst doch heute Morgen schon on. Schaffst du es dann? Wie, ich war heute Morgen? Heute Morgen war ich nicht on. Nö. Was ist denn für dich morgens? Ich war, wann war ich denn online? Ich war um 11 Uhr? 11, 12? Ja, so um den Dreh, glaube ich, war ich online. Aber ich hatte heute Nachmittag nochmal kurz gelegen. Von so und außerdem kenne ich ja dieses, dieses bei Nacht wach sein und sowas alles. Ich kenne das. Das ist für mich gar kein Problem. Viele haben ja die Hoffnung oder beziehungsweise nicht Hoffnung... Aua! 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 In den Garten Eden. Aua! 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 Eine Stunde Pause oder mal eine Stunde, um mich ein bisschen zu schonen auch. Ja, und ich werde auch, was ich ganz am Anfang des Streams gesagt habe, werde ich die Position wechseln. Das heißt, wenn ich dann, ich glaube, mit einem neuen Spiel werde ich dann mal auf der Couch sitzen. Das heißt, ich werde die Kamera dann ein bisschen umbauen und alles und das wird ein paar Minütchen dauern und dann sitze ich dann auf der Couch. Ich unterstütze ihn auf jeden Fall. Frank ist immer noch bei Gisela. Ich bin ein wenig einversüchtig auf ihn, muss ich dazu sagen. Ach nee, Moment, Quatsch. Äh... Lauf ich richtig? Ich glaube, ja. Ich bin seit acht auf den Beinen, will ich es nicht schaffen. Ja, das... Das ist doch nicht einfach. Ja, Kaffee und Energy und Kaffee. Ja, ja, Energy habe ich ja hier. Ich zwischendurch mal so ein bisschen trinken, Kühlerchen. Und Kaffee, wie gesagt, ist ja schon... Ist ja schon gemacht. Wo war das denn mit dem... War das hier lang mit dem Fahrstuhl? Ah ja, Fahrstuhl runterfahren. Ja, ja, doch, das war hier. Ja, ja, ja. Ähm... Wie gesagt, Kaffee werde ich mir auch machen. Das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern. Dann schmeiße ich Kaffeemaschine an. Weil es ist schon alles vorbereitet. Ich brauche nur anschmeißen. Rüber. Jupp. Ah, die scheiß Schlangen. Ah! Mann! Warum kommen die hier? Mann! Gisela! Gisela! Du geiles Stück! So! Ähm... Ua! La-la-la! Oh, Gott sei Dank. Puh. Sehr schön. Das ist super. So. Juhu. Ja, ja, klar, sicher, natürlich. Konsumer, das auf jeden Fall. Hochfahren? Ja, bin ich. Und jetzt? Wofür denn nochmal? Wofür war denn nochmal die... Ach, war die Kurbel nicht hier für den Brunnen oder sowas? Nee, Moment. Die Kurbel war irgendwie für das Wasser. Die Kurbel war irgendwie für das Wasser gewesen. Ich weiß aber nicht mehr... Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Mit dem Wasser... Ist das unser Schatten? Oh Gott, die ist schon echt, ey. Hm, wo war das denn nochmal? Nein, das wollte ich gar nicht hoch. Oder hier? Nee, das brauchen sie jetzt nicht. Nee, wie war das denn nochmal? Muss ich die Kurbel hier irgendwie verwenden? Hallo? Hallo? Ja, hochgefahren bin ich, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich da die... Wie war das? Wo muss ich denn nochmal die Kurbel einsetzen? Verdammt nochmal. Nicht runter. Ja, ja, ich fahre schon wieder hoch. Ich bin gerade... Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Nee, das wollen sie jetzt nicht. War das nicht... Wo war das denn? Zurücklaufen? Was heißt zurücklaufen? Hier lang? Wofür war diese verdammte Kurbel nochmal? Ach, durchs Tor laufen. Moment, steht noch irgendwas geschrieben? Achso, das hatte Wesker wieder hingesetzt. Ja, ja, ja. Da waren wieder die Klamotten, die Wesker da hingelegt hatte. Durchs Tor laufen. Ich frage mich so, so haben wir denn da jetzt eigentlich die Batterie gebraucht, um mit dem Fahrstuhl hochzufahren? Wir wären auch so da hingekommen. Also irgendwie... Naja. Relativ unnötig. Oder? Oder fällt gleich der eine Fahrstuhl aus? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt kommen wieder die Schlangen, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah, mein Gott. Oh, Gott, sind die nervig. Äh. Ja, ja, ja. La, 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 la. Ich werde gleich an den Schlangen sterben. Ich sehe es schon kommen. Geh weg. Verdammte Axt. Türen knackt nicht mehr so extrem, wie es damals war. Ja, stimmt. Was? Ich bin vergiftet? Ich habe doch... Da brauche ich wieder blau und rot, ne? Naja. Jetzt bin ich vergiftet, verdammte Axt. Mann, scheiße. Verdammt. Mann. Shit. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Shit. Äh, Wasserfall ist nicht mehr zu hören, ja. Ich brauche aber erstmal Blaukraut und Rotkraut brauche ich für die Vergiftung. Mann. Aber sonst gehe ich hier gleich elendig drauf. Ach ja. Ich glaube, das lag hier, ne? Da ist blau. Jetzt brauche ich nur noch rot. Oder reicht schon? Nee, blau nehmen reicht nicht, ne? Wo war denn nochmal rotes Kraut am Liegen? Ja, ich gehe sofort zurück in den Fahrstuhl. Ja, ja. Ich muss nur gucken, wo ich rotes Kraut finde auf die Schnelle. Bei dem Hund auf dem Balkon war noch rotes Kraut. Da war noch rotes Kraut gewesen. Weil sonst sterbe ich nämlich jetzt gleich. Blau reicht? Ja, okay. Ganz sicher? Stimmt, Tatsache. Hast recht, dankeschön. Ich bin davon ausgegangen, dass ich rot brauche. Aber blau reicht. Gut. So. Lalalalalalalala. Schon wieder die Musik von der Pause im Kopf. So. Dann auf geht's. Bis jetzt oder nie. Ab in den Fahrstuhl. Lalalala. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Um. Zu der späten Stunde. So. So. Pow. 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 Hey! Geil! Die Kurbel brauchen wir jetzt, glaube ich, eh erstmal nicht, oder? Oder brauchen wir die Kurbel? Vorsicht! Ja! Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist nämlich der Bosskampf gleich. Ich werde mal eben... Ich bin's wieder, eure JJ! So, werden wir mal eben speichern. Jawohl. Dim, 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 dim. Äh, nee, Kurbel weg. Gib eine neue. Gib eine neue, okay. So, ja, speichern. 27. Ich erkläre euch heute, was Blasenentzündung ist. Ja, das ist super. Blasenentzündung, gar nicht gut. So. Gespeichert haben wir. Ähm, wie sieht's aus mit Pipi-Pause, Popo-Pause? Soll ich mal machen, kleine Pause, oder so mal noch eine Rutsche spielen. So bis, äh, bis zwei. Ah, hier ist eine Kurbel. Ah, die kann man wahrscheinlich nicht verwenden, ne? Ja, okay, sechskantiges Loch. Ähm. Das ist doch dieses blonde Nüßchen, ne? Ja. Was erwartet mich hier in den Katakomben? Oh, Munition. Geil. Ja, nehmen wir mit. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Unter dem Felsbrocken sind Blutflecken. Ähm. Das sieht förmlich danach aus, als würde dieser runde Felsblock uns gleich hinterher kommen. Aber ich, äh, ja. Vorsicht, Frosch. Okay. Vorsicht, Froschmensch. Wo ist er denn? Da liegt Munition. Hi, ich habe dir über die Playstation 4 geschrieben. Hat sich erledigt. Ah, okay. Ja, sorry. Wie gesagt, ich, äh, wenn ich hier streame, ich komme da nicht gerade großartig zu, die, die Sachen zu lesen. Und gerade heute, beim 24 Stunden Streamen, ist es ein bisschen schlecht. Du hättest aber auch hier was fragen können, wenn du, wenn du Lust gehabt hättest. Das ist jetzt auch so beantwortet, falls du da nur gefragt hast irgendwas. Äh, sei mir nicht böse drum. Wo gehe ich denn jetzt als erstes hin? Ich, äh. Da, von da, von da kamen wir, ne? Genau. Gehen wir mal hier lang. Der Sensenmann-Katakomben, oh ja. Enrico? Don't come any closer, Chris. Enrico? Äh. Oh, oh. Was war? Was war? Wer war das denn? Umbrella. Look, ich bin dein Vater. Das war bestimmt Wesker. Und da liegt die Kurbel. Getötet durch eine Kugel. Wer könnte es sein? Ja, den nehmen wir mit. So. Moment, von wo kamen wir denn? Kamen wir von hier? Wir kamen von hier, ne? Ja. Uah! Uah! Aldrin zu Quindi. Was für die Fröhung ist была... Was für die Fröhung? Mann? Wir kommen die Fröhung. Ärgerin. AAAäh? Ja! Was geschlecht? We kommen die Fröhung? Wir kommen gleich nach. ologie sind wir mehr. Auch in eine gute Fröhung sondern sind?" Vielen Dank.